ja hallo liebe leute hier gibt es wieder eine bildbesprechung ich hatte ja letztes mal gefragt soll ich zwei nehmen oder drei oder fünf oder noch weniger oder noch mehr naja also unterschiedliche meinungen ich werde mal gucken wohin mich das hier führt im moment habe ich mir einfach wieder mal glaube ich vier oder fünf rausgepickt oder sogar noch mehr aber gut dafür können wir es kurz und knapp machen in dem fall hier war glaube ich die geschichte dass das jemand zum ende eines jahres gemacht hat wo halt viel bürokratie anfällt und so weiter finde ich jetzt auch okay soweit von der thematik her verstehe ich alles ja also ich finde es gar nicht mal so übel ich frage mich natürlich was das für lichter sind die aus den schubläden kommen klar wir sind hier ein bisschen surreal so diese schubläden sehen alle noch so ein bisschen 3d mäßig aus auch der boden hier zu zu sehr 3d da würde ich ein bisschen aufpassen ich würde zum beispiel gerade hier vorne hier so in diesem bereich wo der schatten vom gegenlicht ist denn sie sitzt sitzt ja hier vor einer starken lichtquelle das sehe ich hier hinten durch diese helligkeit an den schubläden hier und es gibt hier auch eine helligkeit die aus dem buch heraus strahlt oder aus dem akten ordner das könnte man noch ein bisschen verstärken jetzt nicht zwingend immer durch nebel und solche geschichten aber schon dass man hier zwischen gesicht und akte noch mal erkennt dass hier eine starke lichtquelle ist und dann erschließen sich mir auch diese lampen die hier eingebaut sind in den schubkästen ja also wie gesagt schlagschatten würde ich hier noch ein bisschen deutlicher hervorholen dadurch wird der boden auch ein bisschen heller denn er wird ja auch von dem licht erfasst der ist hier noch sehr sehr dunkel dann haben wir eine schönere trennung zwischen dieser person mit der dunklen hose und trennung zwischen boden und den seitenwänden das sieht noch zu sehr 3d gebastelt hier aus dann ansonsten irritieren mich hier so diese fliegenden blätter mit der farbigkeit das muss nicht zwingend sein da würde ich das würde ich reduzierter machen und hier sehe ich dann auch noch mal so irgendwelche wolken pinsel oder lens flares da reingebaut da würde ich auch sagen weniger ist mehr also auf jeden fall und wenn sie so da sitzt und das licht hier hinten so powerful ist würde ich auch sagen dass sie eigentlich von hinten ein stärkeres licht haben ist also hier sieht man ja dass sie von rechts oben fotografiert wurde man sieht am schlagschatten der nase an dem glanzlicht auf dem haar aber sonst finde ich im raum nirgendwo das licht von rechts oben da muss man aufpassen da würde ich eher hier sie mit einer kontur vom hintergrund ab setzen ja mit einer helleren kante dass man wirklich wie in seinem gegenlicht dass dann die haare am rand anfangen zu leuchten und trotzdem ihren licht hier rauskommt aus dem akten ordner dann haben wir den schlagschatten der hier deutlicher wird vielleicht einen helleren boden des glanzlicht reduzieren dann wird das schon wesentlich besser und auch hier so die paar schnipsel das würde ich reduzieren und auf ganz wenig hier an die seite bringen dass das auch insgesamt dann noch besser wirken kann okay das hier finde ich jetzt ein bisschen sehr flach flach weil guck mal wenn du hier mal diese farbigkeit die anschaust die farbigkeit hier vorne von diesem weg der weg hat eine unglaubliche tiefe ja ich war zwar noch nicht da oben am machu picchu aber ich weiß es sehr hoch gelegen und ja da regnet es oft da ist es auf nebel liegt und wenn sich da mal irgendwie die sonne auftut dann wow kann man diese riesige fläche dort bestaunen und diese diese wahnsinnige städte dort ist es ja wirklich riesig groß das geht aber komplett unter denn die brauntöne muss man nur einmal mit dem augen leicht zukneifen die brauntöne und gelb und orange töne die ich hier vorne sehe die sehe ich auch fast da hinten eine leichte abschwächung ist schon zu sehen aber machu picchu ist grün das ist einfach grün da oben und wenn sie da irgendwas in der hand hat auch wenn wir hier surreal sind und sie vielleicht irgendeine weiß ich nicht mystische figur ist irgendeinen symbol charakter hat sonnengöttin weiß ich nicht was und das soll die sonne sein ja dann musst du das komplette bild verändern denn wenn das hier die sonne sein soll dann hat die auch dann hat die auch was zu tun mit dem mit der licht situation überall sie hat ja nicht mal was mit der figur hier zu tun wenn du dir anschaust woher das licht hier kommt bei der figur da kommt es mal von links da kommt es mal von rechts typische studio aufnahme hier wurde mal irgendwas im garten fotografiert hat mit dem licht hier nichts zu tun dann diese ara hier der passt auch nicht rein vom licht ja der ist jetzt sehr und und kräftig der müsste jetzt eigentlich auch so eingetaucht sein in diese orange tönung und die wolken hier die finde ich jetzt auch etwas fragwürdig da würde ich jetzt mal gucken und diese abdunklung hier das ist auch wirklich also wenn du hier mit ein bild erreichen möchtest was eine tiefe hat was ein realismus gehalt haben soll da muss man also das nochmal komplett neu überarbeiten und sich wirklich anhand dieses original ausgangs fotos hier mal bedienen und mal schauen wie denn diese geschichte hier war scheinbar warst du ja dort und hast das fotografiert da wirst du ja auch noch eindrücke von dort haben und dann musst du diese licht situation auf dieses modell hier übertragen auf den ara übertragen und am ende am ende kannst du noch mal ein farblux also mit mit farblux spielen da kannst du mit ja diesen color looks vielleicht mal rum experimentieren aber das legt sich ja über das komplette bild dann und dann funktioniert es auch eher ja also bitte immer darauf achten die looks die sind nebensächlich und die kommen ganz zum schluss erst wenn man denn mit farblux arbeiten möchte ok throw it away nächster ähm ja also das würde ich jetzt auch mal sagen das geht in die schublade surreal so ein bisschen denn fliegen kann man ja gar nicht mit so einem Fahrrad weiß ich ja auch ähm man kann aber auch nicht an den luftballons hängen dort denn die ziehen einen nicht wirklich die sind einfach nur so da äh wenn sie weggezogen werden soll von den luftballons dann müssten die eigentlich mehr power haben eine richtung vorgeben äh und so weiter dann ähm hattest du glaube ich geschrieben du hattest wahnsinnig viel arbeit mit den speichen ähm warum eigentlich verstehe ich nicht also wenn dahinter jetzt irgendwie ein unruhiger hintergrund gewesen war ähm das kann ja sein dann würde ich mir so ein zwei oder sagen wir mal so ein ein viertel von so ein oder ein naja ja vielleicht ein viertel oder ein achtel von den speichen einmal manuell bauen und die dann duplizieren hier rein also so würde ich das vielleicht machen oder wenn das doch super von einem neutralen Hintergrund war dann müsste es eigentlich leicht freizustellen sein nämlich in den kanälen da suchst du dir immer den kontrastreichsten kanal aus und benutzt den dann später als maske ähm habe ich mal irgendwann bei meinem sechs stunden gratis videotraining erklärt wie sowas geht aber vielleicht weißt du das auch schon äh ja gut also es ist ein es ist ein freies ding hier äh ich finde es noch ein bisschen zu zu milchig es ist zu matt zu trüb die luftballons sind sehr trübe ähm diffus nebulös nicht wirklich konkret kein schatten ähm Licht kommt mal hier von links ähm ja aber die helligkeit ist eigentlich mehr rechts in den Wolken vielleicht kann man das auch noch viel weiter optimieren dass man ähm hier auch nochmal mit diversen Looks arbeitet um dem ganzen nochmal so diesen Hauch von Surrealismus noch mehr zu geben äh aber dennoch weiß ich nicht was diese Luftballons hier sollen also wenn das wirklich so sein soll dass sie hier von den Luftballons weggetragen wird dann muss man die natürlich äh heftig machen also wie in dem Film oben kennst du sicherlich der alte Mann mit dem kleinen Jungen der mit den Luftballons weggetragen wird und so das ist einfach eine Maße an Luftballons die dann da sein müssen ähm gut wenn du sagst ja der Platz reicht mir nicht dafür ja dann mach sie kleiner dann fliegen sie einfach schon dann sind sie schon 10 Meter weiter oben oder so aber dann funktioniert auch die Perspektive hier nicht mehr so richtig äh gut also ist halt ein freies Thema das wird dann auch schon sehr subjektiv das Ganze die Haare sehen noch ein bisschen sehr illustriert aus ähm ja nicht dass man denkt dass sie hier noch fährt auf der Wiese weißt du deswegen fehlt hier der Schatten wenn du einen Schatten machst der nur hier so in dem Bereich wäre dann wüsste man die ist schon abgehoben also da muss man immer sehr darauf achten mit Schatten dann haben wir hier noch so eine Variante huiuiui ähm eigentlich ein witziges Thema vom Ding her aber äh crazy Licht würde ich mal so sagen ähm weil also hier vorne ist ja alles flach es ist flach ist alles so ein HDR Look irgendwie äh mit starken Schlagschatten bei den Kindern du hast es ja groß genug hier hochgeladen ich mach es mal auf 100% da sieht man dass die so angeflasht wurden äh an dem starken Schlagschatten oder das ist so ein vielleicht auch ein Ebenen Stil den du da reingelegt hast also da muss man aufpassen das muss natürlich perfekt passen wenn du so eine Geschichte machst jeder weiß wie groß so ein ähm wellensittig ist jeder weiß wie groß diese Kinder sind und dann geht's los ja dann gucken wir mal wie die die optimale Haltung haben der Hinterrad zum Beispiel nicht die optimale Haltung der würde jetzt äh nur so drauf sitzen wenn der aus Plastik wäre ähm der ist aber schwer und das Federkleid ist hinten leicht also würde der sich weiter runter drücken dann haben wir hier wenn das Licht wirklich von links käme äh ich weiß gar nicht ob das das Licht ist wenn ich mir mal hier anschaue an den Bäumen da hinten ich glaube das Licht kommt tendenziell eher von rechts oben beim Hintergrund das heißt die Sonne ist hier völlig an der falschen Stelle die müsstest du einmal umkehren wenn überhaupt die Sonne zu sehen sein soll ähm das schon mal auf jeden Fall dann ist es sehr 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 flach mit den Kindern die sind angespottet da haben wir kein Licht keinen Schatten äh wenn du die integrieren möchtest in die Szene dann musst du dich immer an den Hintergrund orientieren äh was dir hier Licht und Schatten gibt zum Beispiel diese Maispflanze ähm da sieht man zum Beispiel ganz deutlich dass das Licht von rechts kommt ja und ähm äh das Licht empfängt hier diesen Stamm oder was das ist auch nicht wirklich da müsste man auch nochmal äh hingehen und bei starkem Licht braucht es auch immer einen starken Schatten und der Schlagschatten und der Schatten der Kinder müssen natürlich auch nochmal hier auf diesen Vogel drauf also deswegen ist das Bild einfach flach weil falsche Lichtrichtung äh das Maisfeld hat hier keine Tiefe das ist hier von vorne bis hinten gleich flat ja also es ist nicht wirklich tief ähm kann man mehr mit machen also auch bei dem Vogel hier äh ausgehend davon dass das Licht von rechts oben kommt kannst du den komplett überarbeiten und das geht auch man kann plötzlich die Lichtsituation von einer Seite auf die andere Seite schieben das ist überhaupt kein Problem ähm ja und dann auch die Farbigkeit hier ist natürlich sehr crazy also als wenn die hier einen Lippenstift hätten äh da muss man auch aufpassen dass man da ein bisschen reduziert daran geht und immer noch im Realismus bleibt und der gemalte Look hier das ist so ein bisschen Mischung aus Ölfilter und irgendwas ähm ja kann man natürlich machen wenn man das mag ja aber da muss dieser Look auch überall drüber laufen also weiß ich jetzt nicht ob das hier so sinnvoll ist auch äh hier zum Beispiel ist noch so ein Grashalm der hängt noch so an der Sohle dran und so Kleinigkeiten halt ja also wie gesagt spannendes Thema kann man schön umsetzen ähm wenn denn hier alles stimmig wäre ok und dann habe ich noch eine Sache äh da gehe ich gleich mal hier ins in meinem Browser und da hat dann der Markus den kann ich jetzt ansprechen weil man sieht ihn ja hier auch hat hier mal so ein paar Dinger hochgeladen ähm die schaue ich mir jetzt mal so im Durchlauf an da hast du geschrieben dass das alles so Minifiguren sind ähm und die dann so eingebaut ja also ich finde man man sieht noch dass das Minifiguren sind und wenn das das Ziel ist dass man es nicht sehen soll dann müsste man hier ähm nochmal ins Detail gehen ja ich finde zum Beispiel bei dem hier sieht man es deswegen weil wenn ich mir den Berg hier anschaue und ich weiß wie eine Wiese aussieht ich weiß wie so ein Berg aussieht dann weiß ich dass das da hinten schon ultra weit weg ist ja das ist einfach sehr weit weg und äh der sieht mir nicht weit weg aus warum weil der noch nicht äh also der hat noch keine Luftdichte vor sich der hat äh noch zu viel Detail noch zu viel Plastikgedöhne ja das müsste man natürlich noch ein bisschen überarbeiten wenn man es denn will dass man es nicht sieht das setze ich jetzt mal voraus einfach ähm und wenn das jetzt so ein gigantischer Riese sein soll der auf so einem riesigen Berg steht dann würde ich hier noch ein bisschen mehr mit Weitwinkel arbeiten den noch künstlich hier rein machen dann haben wir das Licht hier das heftige Licht äh das würde ich hier auch noch mit dem Schlagschatten deutlicher machen dass der hier sich im Gegenlicht befindet ja und ansonsten würde ich hier auch einen anderen Himmel nehmen zumindest im unteren Bereich den finde ich einfach äh auch so soft irgendwie so weich gezeichnet das brauche es ja nicht denn du bist ja hier bei dem Berg von vorne bis hinten scharf und auf einmal sind die Wolken unscharf äh ne dann mach lieber die Blende schön äh zu ja und dann hast du eine knackige Schärfe von vorne bis hinten und dann sieht das viel realistischer aus so bei dem hier das sind ja auch wieder diese kleinen Figürchen die watscheln da im Moor entlang äh ja ist ja eine ganz nette Lichtsituation aber dennoch habe ich das Gefühl dass die im Studio fotografiert sind ähm ausgehend davon dass das hier die Hauptlichtquelle ist und hier in der Umgebung nicht mehr viel vorhanden ist ähm ist hier zum Beispiel ein bisschen zu viel Licht drauf und so also auch hier wieder klassische Gegenlicht Situation da muss man die Figuren durch eine Kontur durch eine Outline besser vom Hintergrund absetzen und das ist jetzt ja so eine Geschmackssache das ist deine Eigenwerbung hier ähm wo man jetzt nur den Fokus auf dieses Nummernschild hier hat äh Karten, Geld, ein Ford, ich glaube ein alter Ford Taunus ist das ähm ein bisschen bunt würde ich jetzt mal so sagen ähm ziemlich undefinierter Hintergrund heftiges Licht hier auf der Scheibe aber gut weiß ich jetzt nicht ob ich da äh geeignet bin darüber was zu sagen also ich finde es jetzt so ganz nett aber auch viel zu nebulös und viel zu viel Effekthascherei ich würde generell einfach weniger auf diese Effekte gehen äh ein bisschen kann da rein aber wenn du sagst ich will das mal so darstellen als wenn das wirklich wie echt aussieht so und dann gehst du ran und überarbeitest das Plastik dann gehst du ran und ja maskierst natürlich auch perfekt hier sieht man immer noch einen Hauch von einer hellen Outline bei dem Ding hier äh weniger diese Effekte hier diese ganzen äh fliegenden Funken und so das würde ich äh reduzieren ganz leicht reduzieren und zwar vielleicht nur hier in dem Bereich wo auch das Licht so gerade rein brutzelt äh und wenn hier Licht so reinkommt dann ist die rechte Seite sieht von der Schattenfarbe ganz anders aus nämlich ein bisschen dunkler ähm ja also du hast dir schon Gedanken gemacht über die Komposition das sehe ich ähm aber viel zu viele Effekte ja wenn ich mal hier so die Augen zukneife dann hat die Sonne genau so eine Wertigkeit wie das Geschützfeuer und das lila ähm Licht hier und die Blitze und weiß ich nicht was da hier überall an Effekten ist die lenken mich eigentlich ab von diesem eigentlich gut schön anzusehenden Steampunk artigen Roboter hier den würde ich eigentlich viel klarer sehen und wenn der hier ballert dann okay dann soll er da einmal ballern aber zu viel geballert zu viel Licht zu viel verschiedene Dinge die hier Aufmerksamkeit nehmen okay so das war einmal jetzt schnell überflogen ähm also resümierend weniger Effekte ähm weniger Buntheit auch also bei dem und bei dem jetzt hier vielleicht auch ähm und naja weiß ich jetzt auch nicht was das jetzt hier sein soll also dem Flitzer der so durch so eine Endzeit Szene äh huscht ja könnte man auch noch konkreter werden oder so aber ja du weißt was ich meine also in diesem Sinne keine Ahnung wie lang es geworden ist ich habe mich beeilt ich hoffe es hat nicht allzu lang gedauert und es hat euch vor allem was gebracht denn äh nur wenn ich da Feedback bekomme dann lohnt sich das natürlich auch und ich zeig euch weiterhin meine Sachen in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag bis dahin ciao